Einmischung für mich bedeutet heute in Zeiten, in denen die Debattenkultur zunehmend verengt wird einerseits, zunehmend polarisiert ist andererseits, zunehmend auch von Hass und Gewalt durchzogen ist, dem zu widersprechen, eine andere Stimme zu Gehör zu bringen. Stimmen, die selten beispielsweise in den Talkshows, die ja mittlerweile als Öffentlichkeit per se gelten und dort in der Regel nicht vertreten sind, feministische Stimmen, queere Stimmen, Stimmen von anderen Marginalisierten, von People of Color und anderen, die hörbarer zu machen und dafür daran zu arbeiten, an einer Gesellschaft, in der mehr Vielfalt vorkommt, in der Diversität, Differenz, Unterschiedlichkeit nicht als Bedrohung wahrgenommen wird, sondern als etwas, was die Welt bereichert und vielfältiger macht.